eine bessere rente für alle generationen mein neuer youtube kanal eine bessere rente für alle generationen meine damen und herren ich habe vor ein paar tagen einen neuen youtube kanal eröffnet und zwar unter dem unter der überschrift eine bessere rente für alle generation zeigt ihnen das einfach mal dass sie das mal sehen und zwar kann man das vielleicht auch ein bisschen größer machen genau so ist es und den haben wir eröffnet und warum geht es in dem kanal sie wissen ja dass ich als sozialen rentenrechtler den kanal von rentenbescheid24.de mit federführend betreibe das heißt also wir in videos rein und verbreiten oder veröffentlichen themen themen in sachen rente und auch im sozialrecht allgemein und auch ein bisschen politischen ich sag mal krimskrams rund um die rente so und sie wissen auch dass es mir immer wieder ein herzensangelegenheit ist und war wenn es um das thema der gesetzlichen rente geht ich bin mit herz und seele rentenrechtler seit 2010 im sozialrecht und im rentenrecht fest verankert ich kenne als rentenberater und als anwalt in wirklich tausenden von beratungsgesprächen die sorgen und nöte von vielen betroffenen alters rentnern em rentnern die aufgrund von krankheit oder invalidität hier auch in finanzielle probleme kommen sind was viele menschen bewegt ist die soziale ausgrenzung im alter durch armut oder durch krankheit und invalidität das habe ich in diesen vielen tausenden gesprächen tatsächlich auch mitbekommen und konnte das letzten endes auch an den renten höhen oftmals nachvollziehen dass die leute einfach verzweifelt sind ich habe aber auch immer wieder in verschiedenen videos auf die probleme von rentnern arbeitnehmern selbstständigen und unsere jugend im zusammenhang mit der gesetzlichen rente hingewiesen aber auch das problem der auch das mega problem der alterung habe ich hierbei erörtert meine damen und herren und in dem kanal für eine bessere rente für alle generation setze ich mich als rentenberater peter knöppel für eine gerechtere rente ohne armut und in würde für alle menschen in deutschland ein mir ist es ein herzensanliegen dass es in deutschland eine einheitliche gesetzliche rentenversicherung gibt und zwar ohne wenn und aber eine armutsfeste mindestrente ist unerlässlich und ein teil meiner vision von dieser einheitlichen gesetzlichen rente was mir sehr wichtig ist auch dass unsere jugend unsere kinder eine klare verlässliche perspektive haben damit sie später einmal eine armutsfeste rente erhalten können und deshalb plädiere ich zum beispiel auch für die erhöhung der bildungsausgaben in deutschland und die einführung eines einheitlichen bildungssystems alle menschen in deutschland müssen in die gesetzliche rente einzahlen auch beamte politiker selbstständige wie ich der kanzler ich setze mich in diesem kanal in meinem neuen kanal kritisch mit den meinungen anderer auseinander parteien lobbyisten verbände die gegen eine einheitliche gesetzliche rentenversicherung sind die sogar unsere rente so wie sie jetzt ist als umlage finanziertes system abschaffen wollen und ein kapital finanziertes system einsetzen wollen ich möchte damit auf jeden fall transparenz schaffen dass wir also praktisch viele meinungsbilder haben ich stehe auch für eine einheitliche krankenversicherung in die alle bürgerinnen und bürger einzahlen damit sie später einmal auch eine verlässliche krankenversicherung und eine absicherung auch hier in im krankheitsfalle haben und ich möchte auch nicht mehr erleben dass viele privat krankenversicherte menschen rentnerinnen und rentner ihre prämien nicht mehr zahlen können weil sie nicht genügend rente haben die pkv kann für rentnerinnen und rentner in der tat eine armutsfalle bedeuten also wenn sie lust haben machen sie bitte mit diskutieren sie auf diesem kanal eine bessere rente für alle generation mit über die bestehenden fragen der zukunft unserer gesetzlichen rente und krankenversicherung ich denke wir haben alle wir alle in deutschland haben es selbst in der hand durch meinungsbildung und äußerung die zukunft der rente für uns alle selbst zu betreiben und zu gestalten setzen wir die parteien im bundestag und die abgeordneten unter druck treiben sie in richtung einer einheitlichen renten und krankenversicherung ich weiß aus vielen gesprächen kannst du noch mal wiederholen dass eine mehrzahl eine große zahl der bevölkerung hier in deutschland für eine einheitliche gesetzliche rentenversicherung steht in die alle einzahlen also herzlich willkommen auf meinem kanal werden sie teil dieser community für eine gerechte und armutsfeste rente näher zu diesem thema finden sie auf rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine rentenstarke und selbstverständlich bessere rente für alle generationen ihr rentenberater peter knöppel